Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde WeGo, World War II, Stalingrad und diese Episode wieder nicht mit NATO-Icons. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was euch so gefällt, wie es für euch besser ist. Ich mag beides recht gerne und von daher wäre das kein Problem. Die erste gute Nachricht haben wir letzte Runde ja schon gesehen. Nachschub steht soweit einigermaßen gut und tatsächlich, wir können sie unten sehen, wir haben ja hier letztes Mal Funkaufklärung gemacht. Tatsächlich hier gehören die Brigaden zur ersten Panzerarmee. Wissen wir das auch, Vermutung war also richtig. Erste Panzerarmee, was haben wir hier noch? 131. Schützendivision. Ja, momentan kann man da, wird eh schwierig, dass man da, ich blende mal die Siegpunkte noch ein, dass wir die Siegpunkte nehmen. Das dürfte enorm schwierig werden. Ich sehe gerade hier unten, vielleicht kann ich diesen Punkt da nehmen. Gut, machen wir einfach weiter. Wie immer fangen wir an mit der dritten Motorisierten. Wisst ihr was? Wir fangen an mit der hundertsten Jäger, dass wir hier weiter nach Norden kommen. Wie weit können wir denn vor? Oh, wir können nicht weit vorrücken mit den Einheiten. Ich muss aber jetzt langsam mal vorwärts kommen. Was würde uns denn hier versorgen mit Treibstoffkosten 3? Das machen wir. Ja, dann kommen wir nämlich hier in die Einheit ran. Ziehen wir die erstmal so weit. Dann haben wir hier Artillerie. Können wir jetzt tatsächlich feuern lassen. Und die Pack-Einheiten, die ziehen wir auch noch. Allerdings legen wir dann noch eine kleine Pause ein. Bis ganz zum Schluss. Schauen wir mal, ob uns vier reichen. Ja, dass wir die zu unserem Regiment hier hochschicken. Hauptquartier. Können wir natürlich nachziehen. Ebenso wie die Artillerie. Das war jetzt nicht weiter schwer. Dass wir die Einheit hier rausbekommen. Gut, weiter geht's. Wir werden hier mit unserem 29. Motorisierten Infanterie-Regiment. Die sind zwar Bereitschaft vorab nur noch 35 Prozent. Trotzdem jetzt, was haben wir denn hier? Combat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den brauchen werde. Wenn wir jetzt hier einen Angriff fahren, machen wir den mal mit großer Intensität. Und dann schauen wir mal unsere Artillerie. Dass wir damit helfen können. Artillerie-Regiment. Zwei Artillerie-Regimente und das dritte. Schauen wir mal, ob ich das noch nachziehen werde. Oder ob wir es da lassen, wo es ist. Gut. Habe ich die mit Treibstoff versorgt? Ne, oder? Dass die soweit fahren können. Unsere Patellone hier. Ja, wo bringen wir die denn jetzt hin? Wahrscheinlich am besten auch Richtung Osten. Der Wenzel schafft man sich hier, die Übergänge zu nehmen. Ja, führen wir das mal komplett nach hier, das Regiment. Wir ziehen eine Artillerieinheit auch nach. Hauptquartier schauen wir uns mal die Reichweiten an. Einen können wir noch rüber. Ah, kommen wir sogar noch weiter rüber. Verbilligt sich quasi der Transport hier durch die Straßen. Gut. Zieh mal auch noch nach. So. Die Frage, ob es jetzt hier reicht, der Angriff. Wir werden es sehen. Da kann ich eigentlich direkt schon mal Luftunterstützung mit dazu nehmen. Jäger, Heckmann. Am besten Stucker Bomber. Oh, ich habe keine Stuckers mehr. Wurden die abgezogen. Tatsächlich keine Stuckers mehr. Dann machen wir es eben so. Heikel. In drei Runden sind die erst wieder bereit. Schauen wir mal. Ich denke mal, dass wir die. Lassen wir das mal so. Dann haben wir so unser Flag. Du hast die Flagg, stelle ich auf mein Hauptquartier. Die Kürze 60. Gut, die dritte ist also jetzt bewegt. Jetzt zieht man so Pioniere mal hier nach Eurekov rein. Pioniere können auch noch dazu. Die haben ja letztes Mal einiges eingesteckt. Über den Fluss rüber möchte ich allerdings jetzt nicht eingreifen. Wir schauen einfach, ob wir die vom Nachschub abschneiden können. Das wäre was. Denk mal, ich werde da. Fahr mal die mal hier runter. Ich werde die zusammenlassen, sonst sind die Einheiten zu schwach. Befürchte ich. Ja. So, die Firma hier rum. Jetzt weiter den Kontakt halten. Die Sturmgeschütze wäre natürlich auch sehr, sehr praktisch, wenn wir die zusammenstecken. Dann kann man da vielleicht in der nächsten Runde offensiv vorgehen. Hier sichern wir die Brücke ab. Ja, den Angriff kann man jetzt noch nicht machen. Wobei, wir könnten mit unserer Artillerie natürlich schon hier noch. Ist da was? Wo ist das Hauptquartier? Von der Einheit? Hier unten. Ich überlege, ob ich denen Munition mitgebe. Das würde uns das kosten. Fünf. Tatsächlich haben wir aber relativ viel Munition. Mach ich es oder mach ich es nicht? Die werde ich doch hier irgendwie abkapseln können. Ja. Ich setze die Artillerie ein. Okay, zweimal. Dreimal. Und tatsächlich nehmen wir jetzt auch noch die Nebelwerfer mit dazu. Oder bringe ich die schon mal weiter vorne in Stellung? Ne, momentan ist ja eh noch hier das 14. Panzerkorps noch unterwegs. Schauen wir lieber, dass wir jetzt hier uns von den Feinden hier frei machen. Ist da was? Komme ich hier rüber bis zum Hauptquartier? Ne. Gerade nicht. Die muss ich irgendwie aufhalten. Da muss ich schauen, dass die nicht rauskommen. Hauptquartier von der 192. Schützendivision. Was ich jetzt gerade geschaut habe, also die Artillerieinheiten, die gehören zum Artilleriekommandeur 145 und hier die Stahlinorgeln, die Nebelwerfer genauso. Man sollte nicht unterschiedliche Divisionen auch bei der Artillerie mischen. Also ich sollte nicht Chorartillerie und Divisionsartillerie gemeinsam feuern lassen. Bringt Abzüge am besten immer Einheiten, die wirklich organisatorisch auch zusammenhängen. Aber das passt ja hier ganz gut. Wir werden hier noch feuern. Ziehen wir den Artilleriekommandeur noch hier weiter runter. Einfach damit wir hier eventuell weiter zu machen können. Ich schaue jetzt gerade mal an, der zieht hier hin, würde kein Nachschub fließen. Das ist gut. Die Flanke hier noch absichern mit unserem Maschinengewehrbataillon. So, Einheiten noch vom 8. Armeekorps. Einmal die Flak hier, kann ich mit hier runterziehen. Die Flak hat, glaube ich, addiert keine große Reichweite. Wir schieben die mal drauf, um die zu schützen. Ziehen unsere Brückenbauer nach. Okay. Die Einheiten hier drüben kann ich eigentlich auch schon weiter Richtung Osten verschieben. Okay. Dann die 60. Motorisierte. Und da haben wir wirklich eine Menge Einheiten. Da muss ich jetzt aufpassen, dass es die nicht entkommen. Sinn und Zweck ist hier, die Straße hier runter, Orekow, hier frei zu machen. Das war das Kinski. Wir haben hier ein Regiment und Infanterie, ein Bataillon und Panzer. Die sind nicht mehr wirklich gut beieinander, aber ich gebe jetzt dem Hauptquartier hier. Versorgung für Kampf. Ja. Das ist die Frage, wo wir angreifen. Ich denke hier oder hier oben. Hier unten wissen wir nicht, was das für eine Einheit ist. Greif man lieber da an. Und auch hier führen wir einen groß angelegten Angriff. Ja, Ground Attack sind beide dabei. Die werde ich allerdings unterstützen. Definitiv. Schauen wir es gleich mal vorbei bei unseren Fliegern. Was wir noch haben. Bf 110. Eine Runde, die werden wir hier bombardieren. Das ist richtig. Ich frage mich, ob es sich hier lohnt, noch einen zweiten Bomber einzusetzen. Zweiten Bomberverband. Kommt es in drei Runden wieder? Ne, es ist jetzt zu schade. Wer weiß, was ich in drei Runden noch brauche. Und vielleicht brauche ich ja auch tatsächlich den Luftangriff noch irgendwo anders dringender. Gut. Und hier muss ich jetzt halt aufpassen, dass wir die Einheiten hier nicht aus dem Kessel rauskommen. Wird wahrscheinlich schwierig werden. Sind die eingegraben? Derzeit noch nicht. Würde ich das sehen. Und wenn ja, wo? Sieht nicht so aus, dass der... Aber Moment. Ich glaube ich hier irgendwo ein zum Eingraben. Die sind alle nicht eingegraben. Die sind alle nicht eingegraben. Die Russen sind eingegraben. Artillerie. Warum kann die nicht feuern? Das ist... Ach, ich bin ja blöd. Das sind ja Pax. Das ist kein Wunder, dass die nicht feuern kann. Wollen wir noch Artillerie? Hier oben. Oh, die ist sehr weit weg. Reichweite reicht aber gerade noch aus. Werden wir hier mit allem zuschlagen, was wir hier zur Verfügung haben. Ne, den machen wir rückgängig. Schauen wir uns mal an. Wir schauen uns jetzt erstmal hier das 120. Regiment an. Machen wir mal die Kontrollzonen. Dieses Hauptquartier würde mich natürlich sehr reizen. Aber ich möchte jetzt schauen, dass wir hier die Versorgung irgendwie unterbinden. Jetzt wäre zu. Allerdings fehlt es uns hier natürlich jetzt auch an Einheiten, die das entsprechend absichern. Kontrollzonen. Ja, ganz abschneiden können wir sie eh noch nicht. Vielleicht wäre es dann geschickter, dass wir versuchen direkt ranzukommen. Ne, gefällt mir nicht. Führen wir die da hin. Und unsere Aufklärungsbataillon soll jetzt hier versuchen, das feindliche Hauptquartier anzugreifen. Ist die Frage, habt ihr mitbekommen jetzt hier beim WeGo Prinzip, die Frage ist, ist der Feind denn überhaupt noch da, bis meine Einheiten die angekommen sind? Das ist die große Frage. Ja, ich muss jetzt hier schauen, dass wir noch irgendwie eine Art Abwehrregel hier aufbauen können. Dünn, dünn hier alles mit unseren Pionieren. Artilleriekommandeur 129, dann schauen wir doch mal, dass wir die Packs hier irgendwie in die Stange bringen. Hier haben wir ein ganzes Infanterie-Regiment. Da haben wir ein ganzes Infanterie-Regiment. Wir könnten darauf feuern. Jetzt bin ich ganz geheuer. Wir ziehen jetzt hier die Packs noch rüber. Ah ja. Wichtig war noch gewesen, dass wir den Kommandeur des Hauptquartiers hier vom Armeekorps 14. Armeekorps so ranführen, dass sämtliche Einheiten hier abgedeckt sind. Das Hauptquartier ist es nämlich nicht. Wie sieht es denn jetzt aus? Fehlt die Verbindung hier runter dann. Das heißt, ich müsste mit dem Hauptquartier weiter nach oben ziehen. Wie ist hier die Versorgung? Ui, das wird schwierig, hier eine durchgängige Versorgung aufzubauen. Bis da hoch müsste ich. Und wie wäre dann die Versorgung? Gar nicht mal so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Das machen wir auch so. Ja. So machen wir das. Und hier, wie gut sind die noch? 445 Mann, 44% Bereitschaft und Stärke 60. Zwei Bataillone. Wir haben hier ein Infanteriebataillon, ein Pionierbataillon und ein Aufklärungsbataillon. Ich sag es mal so, das könnte eigentlich reichen. Vor allem, wenn wir hier noch mit Artillerie einsteigen. Oh, das Problem ist natürlich hier, dass unsere Artillerie-Parks hier recht ungeschützt sind. Und ich komme nicht bis darüber. Aber hier, ne. Puh. Ne, da kommen wir nicht rüber. Das bedeutet, ich muss tatsächlich jetzt erstmal schauen, dass ich die Einheiten hier absichere, dass sonst die nicht in die Flanke fallen. Dafür können wir jetzt anfangen, die beiden Einheiten schon mal weiter rüber zu verlegen. Da geht es ein bisschen langsam vorwärts. Nehmen wir den ganzen Stack, greifen wir an. Hohe Intensität und unterstützen das Ganze mit unserer Artillerie. Mit der Divisionsatillerie der 16. Panzerdivision. So. Das sollte doch ausreichend sein. Und die Pack lassen wir da mal stehen. Die Pack lassen wir da stehen. Genau. Dann unsere beiden Bataillone des 2. Panzerregiments. Wie sieht es mit den Kontrollzonen derzeit aus? Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch irgendwie eventuell hier die Einheiten sogar vom Nachschub zu unterbinden, abzubrechen. Führen wir den Angriff hier noch. Eine Artillerieunterstützung. Und hier ist das Hauptquartier für die Stalingradfront. Artilleriegruppe 62. Ah, Stalag 62. Stalingradfront. Artilleriegruppe 62. Das ist also die Abkürzung. Was haben denn die für Verteidigungswerte? Wie sieht es denn eigentlich? Ich muss mal schauen, wie es mit meinen Artillerieeinheiten aussieht. Attack 3. Range 6. Ich denke, es wäre sinnvoll, dass wir hier mit unseren Panzern, die sind auch noch einigermaßen fit. Ja. Die führen hier ran. Da hat man einen Siegpunkt. Wie gut ist denn das hier aufgeklärt? Gar nicht. Es wäre nicht schlecht, hier pro Runde ein paar Siegpunkte einzufahren. Ich denke, ich mache das auch. Schauen wir mal, ist man da noch eine Reichweite später? Nein, das ist immer nicht. Das heißt, wir ziehen hier nicht ganz so weit vor. Das könnte hinhaben. Und die Pax lassen wir da stehen. Ja. Schauen wir uns die Kontrollzonen nochmal an. Hier müsste ich noch ein bisschen dicht machen. Das ist die Frage mit wem. Da komm mal, denkst du, wohin? Habe ich hier noch eine Einheit, die das machen könnte? Nee. Ja, unser Pack. Naja, komm. Wir probieren es mal. Stopp. Einmal rückgängig. Nochmal. Die Artillerie bleibt da. Die Pack. Wird hier hochgefahren. Kontrollzonen. Er ist entspannt. Die bekommen wir von unten auch noch den Nachschub. Das machen wir rückgängig. Dann lassen wir sie da, wo sie hingehört. Da brauche ich gar nicht versuchen, den Ring zu schließen. Zumal ich ihn hier drüben auch nicht schließen kann, den Ring. Ne. Wie ich es drehe und wende, kriegt die Lücke nicht geschlossen. Das ist ja auch jetzt nur gerade eine Momentaufnahme. Das bedeutet, sobald er sich bewegt, sieht das Ganze eh wieder anders aus. Ne, die kriegen wir da nicht. Das ist nicht hier. Nachschub hier bei Süden rein. Ne, brauche ich nicht versuchen. Das klappt jetzt sowieso nicht. Dann machen wir die Bewegung lieber so. Ja, wobei, so passt es doch ganz gut. Ja. Hatte ich die nicht schon angegriffen hier? Spinne ich jetzt? Machen wir es jetzt? Ich bin mir sicher, ich hatte die schon ausgewählt. Habe ich wohl was Faltes gedrückt. Gut. Dann, 113. Die sind mittlerweile sehr geschwächt. Ist halt die Frage, ob es trotzdem Sinn macht, hier nur mit einem Bataillon anzugreifen. Ist doch eine ganze Menge hier. Ja, wobei, 76 Mann bloß noch. 205 Mann, 393 Mann und 19 Panzer. Ich denke mal, dass ein direkter Angriff nicht zielführend ist. Wenn wir schauen, dass wir die hier irgendwie vom Nachschub abschneiden. Ja. Wäre man wahrscheinlich auch nicht schaffen, die vom Nachschub zu schneiden. kann man nur schauen, dass wir die hier ran führen. Wobei unsere Artillerie wäre ja bereit für diesen. Unsere Artillerie wäre bereit dafür. Die Bereitschaft ist auch auf 51 Prozent bei den Panzern. Bereithaft auf 55 Prozent. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt. Ich brauche hier, wir müssen die ja nicht mit voller Kraft finden, den Angriff. Die Artillerie gebe ich vielleicht auch noch eben Munition mit. Ja, kostet uns drei. Das kann man locker machen. Und dann darf die Artillerie hier auf diesen Stapel feuern. Was ich nicht genau weiß ist, ob der jetzt alle Einheiten hier angreift, die hier drin sind. Oder ob ich mir tatsächlich... Ich suche mir jetzt quasi eine Einheit aus. Ob er dann gezielt die angreift. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Für die Einheit. Ja. Bis auf unsere Aufklärer. Das ist dann schon Wahnsinn, dass die Planungsphase einfach den Hauptteil des Spiels ausmacht. Das kommt halt so eigenartig vor, weil normal sieht man, man hat irgendwelche Kämpfe, dann macht man den nächsten Zug und so weiter und so fort. Und hier ewige Planung und dann die Replay-Phase. Also positiver, positiver Seufzer. Ziehen wir den mal hier nach. Und unsere Pioniere. Führen wir mal nach Perwago Meier runter. Kontrollzonen mal überprüfen. Wie will man sind denn das hier eigentlich? 530 Mann. Die lasst mir hier, denke ich, einfach in der Blockposition. So. Wird natürlich jetzt gerne hier mal ein Umfassungsmanöver starten. Ziehen wir die Einheit dran. Ähm. Was wird uns denn Versorgung-Move kosten? 3. Lohnt sich das, um diese Einheit hier rüber zu ziehen? Ne. Weil der Rest bewegt sich ja nicht. Ja, wobei. Wir legen uns hier mal hoch. Das Wasser ist natürlich auch schon in der Ecke. Schauen wir mal, dass die Einheit noch nicht gezogen haben. Unser Pack, die lasst man da, haben wir gesagt. Hier haben wir noch den höheren Artilleriekommandeur 310. Der ist angehängt mit den großen Geschützen, 21 Zentimeter Geschützen. Der ist angehängt an die Armee. Ich frag mich, ob wir nicht hier einfach gezielt jetzt hier Counter Battery Fire machen sollten. Was würde uns denn hier eine Versorgung kosten? Combat 5. Auch das machen wir. Dann werden wir doch jetzt hier mit unseren schweren Geschützen. Die feindliche Artillerie angreifen. Plus hier unten die Infanterie. So. Counter Battery Fire. Mir fällt leider gerade das deutsche Wort nicht ein. So blöd. Hier wird gefeuert. Gut. Schauen wir uns mal die Reichweiten vom Armee-Habquartier an. Dann passt alles. Alles in grün. Die Versorgung dann die 305. Noch. Was kostet denn hier eine Versorgung für Bewegung O2? Die nehmen wir mit dazu. Jetzt muss ich nur überlegen, wo genau die hinführen. Also generell werden die natürlich auch hier oben in den nördlichen Dornburgen versetzt. Aber ich brauche jetzt gerade hier auch die Hilfe, um ... Ja, viel weiter kommen wir da nicht. Ah. Ja, mehr Sammeln Radl da. Vielleicht können die dabei unterstützen. Dass wir hier eventuell die Lücke schließen. Wo noch Nachschub durchkommen können. Gut. Haben wir die auch gezogen. Hier oben nochmal überprüfen. Ne. Hier fallen uns keine Einheiten auf, die Brücken bauen können. Raspus, Pinskaya, ziehen wir sie nach. Und dann können wir das auch noch mal überprüfen. Was haben wir noch? Die Einheiten stehen hier, um zu blocken. Die Nebelwerfer. Reichweite 3 haben die, wenn ich die im Wald stecke. 1, 2, 3 haben wir zumindest diese Reichweite hier. Muvkovka. Macht mich jetzt gerade nicht so glücklich da. 1, 2, 3, 4. Wir ziehen die mal hier in den Wald. Und ich würde auch fast vorschlagen, wir ziehen auch das Hauptquartier unter. 192. Halt, der war falsch. Die ziehen wir doch noch mit rein. Hauptquartier der 192. Die darf uns natürlich auch nicht entwischen. Das müsste es gewesen sein. Jetzt ziehen wir noch darunter. Die Einheiten sollen hier blockieren. Ah ja, wir haben noch die Panzer einheit hier oben. Verteidigung 12. Das ist natürlich massiv. Mit Artillerie komme ich nicht ran. Und ehrlich gesagt, denke ich kann man die hier stehen lassen. Die Reichweite vom Hauptquartier hier. Ausreichend, aber die sind nicht versorgt. Müsst ein bisschen zurück. Dann dürfen die Pause machen. Ein bisschen ausruhen. Auf den Rest warten. Oder kommen wir hier irgendwie außen rum. Ja, die ist nicht verkehrt, die Bewegung. Gut. Geht es euch auch so? Ich bin jetzt voll gespannt, wie das Ganze jetzt weiter läuft. Jetzt überprüfen wir noch ganz schnell die Reichweiten der Hauptquartiere. Ich ziehe die auch noch in den Wald nach. Ja. Und dann haben wir noch Flugzeuge. Machen wir mal. Kümmern wir uns erstmal auf die Aufklärung. Wisst ihr was? Ich mache jetzt tatsächlich nochmal Aufklärungsflüge in dem Bereich hier hinten. Nicht, dass da noch irgendwas ist. Ansonsten ist eigentlich alles soweit aufgeklärt. Ich setze die tatsächlich jetzt mal hier rein, um zu schauen. Weil irgendwo war noch ein Artilleriebataillon. Und ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Ne, die machen Pause. Wisst ihr was? Die machen beide Pause, dass sie nachher wieder fliegen können. Die sind auf Luftabwehr geschaltet. Dann haben wir hier nochmal Einheiten. Die lassen wir noch ausruhen. Alfred Heckmann ebenso. Schauen wir mal ganz kurz. Springt die Karte dann da hin? Ja. Ich sehe es bloß gerade nicht. Wo der angreift. Aber ist ja immerhin schön, dass es geht. Ja. Hier. Okay. Bf 110. Die können Abfangen, Jäger und Störungspersonen fliegen. Ground Support für Einheiten fliegen. Und die sind in einer Runde wieder da. Wo ist es denn am wichtigsten, dass wir Angriffe fliegen? Ich denke mal hier noch mit. Denn die muss weg, die Einheit. Und tatsächlich finde ich, dass die Heinkel 111 jetzt hier unten noch Angriffe fliegen können. Dann sind die in drei Runden wieder da. Haben nochmal zweimal U88. Die sparen wir uns noch auf. Die sparen wir uns noch auf. Gut. Transport brauchen wir noch nicht. Mit. Das heißt, wir haben die Flieger und dann haben wir natürlich noch hier die Administration. Wo brauchen wir Wehrinformationen? Also hier da unten die Panzerarmee haben wir jetzt aufgeklärt. Was noch interessant wäre, wären, was haben wir denn hier? Reichweite 4. Also mal den Bereich hier aufklären. Vielleicht einen Tick weiter südlich. Genau die Straßen hier. Und dann haben wir noch die genauere Aufklärung. Wo bringt uns die was? Ah, hier haben wir was. Setzt mich doch da hin. Ja. Dann. Kommandokarten. Kombinierte Waffen brauche ich nicht. Artillerie. Für das 14. Panzerkorps. Könnte sein, dass das nötig ist. Hier bestimmt nicht. Hier vielleicht. Ne, da kommen wir nicht hin. Aber Moment, da haben wir vielleicht was anderes. Ne. 14. Das Panzerkorps. Hauptangriff. Das, denke ich, lohnt sich nicht. Das sollte funktionieren ohne, dass es Probleme gibt. Interessanter könnte es hier werden. In drei Runden gibt es das wieder. Machen wir. Und dann haben wir noch Nebelwerfer. Für das 14. Panzerkorps. Ich glaube, das ist Verschwendung. Zumindest hoffe ich das. Aber ja. Denke ich mal. Und Logistik. Muss ich mal einiges sagen. Zweimal. Also es ist beides Combat Plus bringen die. Okay. Versorgung Plus ist eine über Luft. Bewegung. Battlefield Recovery. Das sind Verstärkungen beziehungsweise Reparaturen und sowas. Das machen wir alles in der Nachtphase. Wobei die Nacht dauert noch ein bisschen. So früh sind wir nicht dran. Vielleicht sollte ich doch mal jetzt die ein oder andere Einheit. Und wie sieht es denn eigentlich stärkemäßig aus? Bei der 16. Panzerdivision muss ich sagen, sieht es langsam ein bisschen schwach aus. This asset can add replacements to all units over a range of one. This unit costs no supplier. Was bedeutet das? In 6 Zügen ist es wieder vorhanden. Bedeutet das, dass die dann, wo ich hinklicke, alle in der Umgebung, die drumrum stehen, dann eine haben? Also mit der Reichweite von 1, weil ich hier immer. This asset can add replacements to all units over a range of two. This action costs no supply. Das würde der Versprechen, dass ich Einheiten, die nahe zusammenstehen, sich besser versorgen lassen. Das würde bedeuten, ich muss mal schauen, dass ich über Nacht oder wann auch immer ich das einsetze, die Einheit möglichst eng bei Land stehen. Gut, wird sich aber zeigen. Dann noch einmal überprüfen. Ab hier, was haben wir denn hier noch? Das hat sich bewegt. Ab die Reichweiten. Also vom Rommel ist alles grün. Die Reichweite reicht auch gut. Hier reicht die Reichweite ebenfalls gut, aber trotzdem können wir den ja mal ein bisschen weiter vorziehen. Der ist vom achten Chor. Ne, die lassen wir da erstmal. Die lassen wir da erstmal. Das ist genügend. Das Hauptquartier hier. Passt auch. Oder? Ja. Hier ist das Hauptquartier vom Panzer Chor. Vom 14. Auch alles soweit gut. Okay. Das müsste es gewesen sein. Gut. Schauen wir uns gleich mal den gesamten nördlichen Bereich an. Hier wurden wir wieder bombardiert. Keine Verluste. Diesmal ist es gut. Und hier unser Bombardement hat ebenfalls zu keinen Verlusten beim Gegner geführt. Hier haben wir einen Angriff geführt und der Verteidiger ist zwei Fälle zurückgetreten. Er hat 60 Mann von 571 verloren. Wir 87. Hätte ich tatsächlich ein bisschen höher erwartet. Ganzes Regiment gegen ein Bataillon, aber die sind vom Nachschub abgeschnitten. Aber zwei Fälle. Ich spiele nochmal einen Zug zurück. Wo war das denn? Oh, das ist schon länger her. So. Ah, okay. Erster Luftangriff. Dann der Angriff. Und zwei. Die sind also hier oben. Wir machen mal Pause. Ich mache mal. Ja. Oricow. Da müssen sie drin sitzen. Wie ihr seht, wir haben hier keine Aufklärung. Bin ich gespannt nach Oricow. Wollten auch Einheiten reinziehen. Unsere Brückenbauer hier. Gar nicht gut, wenn die wir voneinander treffen. Ansonsten laufen die Bewegungen relativ reibungslos. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht bis Oricow hoch. Da habe ich auf gar keinen Fall vergessen, dass die Einheit hier drin steckt. Jetzt muss ich mal ganz schön ablaufen. Ich möchte sehen, wie die dritte Motorisierte vorwärts kommt. Gut. Dann machen wir es wieder langsamer. Und die Panzer hier. Jetzt muss ich mal schneller machen. Die Panzer hier sind auch gut durchgekommen, oder? Ja, außenrum geführt. Sehr schön. Dann auf in die Mitte. Was ist denn hier eigentlich? Ich schaue mir noch mal eben an, was da mit der Einheit hier passiert. Wo fährt die hin? So habe ich es wieder nicht gesehen. Die verschwindet wahrscheinlich einfach, oder? Ja. Die wird hier drüben sein. Haben wir eine Lücke, oder? Ja. Was haben wir hier für? 50 Mann von... Boah. Fast 10 Prozent hier verloren. Von wo kam denn das Feuer? Schauen wir uns das nochmal an. Von hier irgendwo. Schauen wir uns die Bewegung jetzt hier auswirken. Artillerieangriff. Keine Verluste. Hätte ich natürlich jetzt mehr erhofft. Und ich bin mit euch echt vorsichtig, diese Mod hinzutreten. Sonst könnte man die ganzen Stapel hier nicht sehen. Wie gesagt, wenn ihr die haben wollt, unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Habe ich bei mir in die Dropbox gepackt. Könnt ihr euch runterziehen. Einfach installieren und schon sieht das Ganze deutlich übersichtlich aus. Jetzt bin ich tatsächlich gespannt hier, ob wir es hier schaffen, die Einheiten in der nächsten Runde hier vom Nachschub irgendwie den Nachschub zu unterbinden. Das wäre gut. Ja. Ein Regiment und noch ein zusätzliches Bataillon. Hier sind weitere Angriffe. Was ist hier passiert? 37 Mann hat er verloren. Bei seinem Hauptquartier. Durch unsere Flags. Wir haben keine Verluste. Das ist gut. Den müssen wir wegkriegen. Und hier. Tatsächlich haben die hier in Angriff geführt. 141 Mann verloren. Die wollten über die Brücke drüber. Und unsere Panzerabwehr, die 8.8er und unsere Panzerjäger haben hier heldenhaft ausgehalten. Sehr gut. War das ein zweiter Angriff? Noch mal rein schauen. Nicht, dass sich da was überlagert. Tatsächlich. War noch mal ein zweiter Angriff. 22 Mann verloren. Keine Verluste bei uns. Ah geil. Boah, ich finde es sau spannend. Hier drüben gab es einen Angriff auf unsere Pioniere. Sind die überrannt worden? Ne. Gehalten. 48 Mann haben wir verloren. Von 502 mit 2.163 Angriffen und 24 verloren. Ein komplettes Infanterieregiment gegen ein Pionierbataillon. Hauptsache sie haben gehalten. In der nächsten Runde kommt hoffentlich Entlastung. Ja. Sah gut aus in dem Abschnitt. Weiter zur 16. Panzerdivision. Ich blende jetzt mal bewusst drüben den Rest aus. Den möchte ich mir nachher anschauen. Schauen wir einfach was hier passiert. Das hier oben hatte ich mir das schon angeschaut. Jujujujujuj. Ha. Das war ein reines Bombardement. 1, 2, 3 Artillerieregimenter. 4 Artillerieregimenter. Das war natürlich ein herber Schlag hier oben. schauen wir an wo der angriff herkam okay wir sehen schon der ganze bereich hier das ist die das ist die komplette armee das ist die komplette armee artillerie das läuft ein bisschen zu schnell nochmal zurück ist es gar nicht so schlecht ist einzeln abzuspielen ich habe einen artillerieangriff bekommen zwei fahrzeuge verloren ebenfalls durch zwei artillerie regimente was haben wir bei ihm geschafft 74 man hat er verloren da kommen wir bleiben jetzt erstmal in dem sektor hier das kann man es dann gleich an da kommt unser angriff auf das abquartier 42 mann von 74 bleibt nicht mehr viel übrig die müsste jetzt auch gleich nachziehen hatte ich hier nicht in angriff befohlen jetzt kommt weniger stark als erwartet 45 verloren wird zehn mann musste sich immerhin zurückziehen das bedeutet aber sie stehen immer noch hier auf der straße werden die bussen businov businovko sukanowitschski hier wurde mal angegriffen artillerie hat man schon wenn ich das ist schon nicht vergesse wo ich schon überall war aber ich glaube die kessel ich habe die kessel kriegen wir noch hin dass wir hier eventuell die 62 der armee relativ komplett aus dem spiel nehmen dann mit müsste sie im nächsten szenario auffählen denn einheiten verluste werden mitgenommen alles was ich jetzt zerschlage wird später nicht mehr dabei sein hier oben haben wir die septilen hauptquartier jetzt versammelt armee hauptquartier gut hier ist jetzt nicht mehr weiter was passiert sind wir gewechselt moment wo waren wir hier also wenn man hier nahe dran ist dann springt der durchskippen quasi zu den bereichen wo was passiert hier immer bewegung möchte mir so mal anschauen von wo die kamen ach die ziehen hier runter ok nächste phase nein noch einmal zurück spulen ich mal ein zwei durchläufer werden jetzt hier noch machen gut ja wie sieht es hier drüben aus bin ich sehr gespannt den angriff hat mir das glaube ich schon angeschaut fünf geschütze verloren hier hier sind die man von 1000 er ist die schwere artillerie der höheren des höheren artillerie kommandeurs 310 da ist der angriff artillerie unterstützt hier ein bataillon von 113 infradivision das war das wo ich schon sehr skeptisch war der gegner hatte den hatte den auftrag auf jeden fall zu halten und sich nicht zurückzuziehen musste zwei zurückziehen 297 mann von 400 von fast 500 verloren fünf fahrzeuge von fünf damit ist wahrscheinlich das tank des panzer bataillon geschichte ja es ist weg gut also die den kessler werden relativ schnell bereinigen können sage ich jetzt mal das läuft gut meine anfänglichen kessel die ich gebildet habe gegen meinen eigenen ratschlag und gegen meinen eigenen operativen plan nicht zu große kessel zu bilden habe ich mich ein bisschen übernommen hat sich jetzt geduld noch mal ein bisschen umzuschwenken tempo rauszunehmen und jetzt hier die kleinen kessel erstmal zu zerschlagen und vor allem auch unseren auf nachschub zu sichern da ist dann wirklich die frage in der nächsten runde wie sieht es im nachschub aus so im großen und ganzen sind die bewegungen aber eigentlich ziemlich gut aus okay die wandern hierüber so geschwächt wie die sind dürfte es keine probleme geben auch wenn ich hier bloß mit artillerieeinheiten stehe und nicht zu vergessen die einheit mit den fahrrädern das schon gut erledigen so einmal noch was ist hier unten los gab es hier angriffe ja okay ich schau mal ob ich mit der zoom stufe aber da springt der zoom stufe springt er nicht doch springt er auch schade das war unser artillerieangriff hier unten darf ich das springen gerne ausschalten ich gehe mal auf höhere geschwindigkeit einmal pause was genau ist hier passiert bombardement 48 mann hat er verloren aber hier dann angriff geführt wir sind einfällt zurückgewichen haben keine verluste zu beklagen und aber 193 mann hat er verloren wir sind zurückgewichen das muss ich mir mal anschauen wohin war ich mal zurück defender retreats one hex sehe ich jetzt gerade nicht vielleicht kommt das noch aber er verstärkt hier oben oder wir haben es aufgeklärt kann sein dass es nicht in der aufklärung was gleich weiter lag ja da also da kommen wir da kommen auf gar keinen fall mehr noch irgendwie durch zunächst face ich werde es noch einmal in der großübersicht anschauen die ich leider etwas unübersichtlich finde vielleicht kann man da grafisch auch noch irgendwas machen schau mal ob man noch irgendwelche besonderheiten auffallen ich glaube ich gehe näher ran sonst sehe ich zu wenig also vor allem die dritte und die 60 der motorisierten divisionen machen gute fortschritte und mit der 16 bin ich eigentlich auch ganz zufrieden natürlich gerne weiter was ich mir schenken kann sind die ziele berger lach zu erreichen hier mein hauptquartier moment ist es eventuell an armee hauptquartier die informationen können übrigens auch falsch sein ja die aufklärungsstufe war jetzt hier nur zwei wie man sehen konnte sieht man immer noch jetzt rechts und kann auch was anderes sein gehen wir zur nächsten phase und schauen uns gleich das spannendste an wie ist mein nachschub sieht gut aus also ihr wisst schon wie es meine mit gut ich meine die sind immerhin versorgt übrigens für die kämpfer das folgende auswirkungen alle einheiten die voll versorgt sind kämpfen mit 100 prozent ihrer ihrer stärke sobald sie quasi im extended supply über den nachschub sind sind es bloß noch 75 punkte 75 prozent wie man es machen kann ich schon sehen können jetzt ich bin stimme ja endlich diesen komplett angekesselt das heißt diesen in der nächsten runde weg ein komplettes regiment bloß noch ein bataillon wissen wir denn hier schon was wir wissen hier leider nicht wie die versorgt sind es wäre interessant gewesen jetzt hier aus sind immer noch leicht in der versorgung das sind natürlich hier schlecht angeschlagen also die beiden 33 gada jetzt echt probleme um was ich bin das darf ich nicht vergessen jetzt wirklich kümmern muss ist hier der armee artillerie park ja also da ist geht echt die gefahr davon aus haben wir gesehen frage ist wo bekommen die ihren nachschub wahrscheinlich hier über die lücke ja hier unten mit der nachschub durchfließen da werden wir zu machen hier ganz außen rum also hier glaube ich nicht weil er müsste danach schon von hier unten bekommen und bis hier rüber gehen ich glaube nicht dass er das schaffen der wird hier über den fluss drüber gehen hier nämlich hauptquartiere sein gut schön ich bin gerade zufrieden aber das hält sich meistens dann so lange in grenzen bis ich mir das ganze erstmal genauer ansehe und oftmals wenn ich dann doch recht überrascht das ist gar nicht so rosig aussieht ich hoffe ich kann die spannung rüber bringen aber ich gehe es mal davon aus wenn ihr diese folge noch geschaut hat dann seid ihr für alle fälle auch auch mitgefangen freut mich dass so viele leute sich hier für dieses spiel so interessieren ich bin einfach großer fan des migo modus und ich glaube ich ich glaube ich versuche also ich versuche auf alle fälle das auch ein bisschen rüber zu bringen und ich glaube das wird noch wesentlich interessanter werden eins kann ich versprechen ich werde dem spiel definitiv mindestens eine multiplayer partie führen auf youtube ich gehe mal davon tatsächlich aus dass es auch mehr werden in diesem sinne wünsche ich gute taktische operative und natürlich auch strategische entscheidungen auf anderen schlachtfeldern macht es gut wir sehen uns bei der nächsten folge für euch servus